Nach einem steilen Aufstieg gelangte Whitey an die Spitze des gefürchteten irisch-amerikanischen Syndikats von Neuengland, der Winterhill Gang. Er brachte es zu enormem Reichtum und Macht, aber er protzte nicht. Das Geheimnis seines Erfolges war, dass er sich nicht blicken ließ. Man hörte seinen Namen, aber sah ihn eigentlich nie. Selbst erfahrene Ermittler hatten ihn nie gesehen. Das war Teil seiner ausgeklügelten Strategie, um sich alles erlauben zu können. Wie stellen Sie sicher, dass Sie langfristig durchhalten? Folgen Sie den Spielregeln und finden Sie es heraus. Wenn Sie als Mafia-Boss überleben wollen, müssen Sie die totale Kontrolle über Ihr Geschäft behalten und dürfen keine Schwachstellen dulden. Wenn Sie die Leute, die für Sie auf der Straße arbeiten, nicht gut genug kontrollieren, kann alles Mögliche passieren. Wenn Sie das tun können, kann alles Mögliche passieren.